Wir spielen Jedi Fallen Order, einem Single-Player-Spiel aus der Star Wars-Reihe. Herzlich willkommen, mein Name ist Fabian. Wir befinden uns auf dem Weltraum-Schrottplatz auf Bracca, einem ehemaligen Schauplatz, wo auch einige Klonkriege-Kämpfe stattgefunden haben. Jetzt ist der Krieg allerdings vorbei und wir befinden uns zur Zeit der originalen Star Wars-Trilogie. Das heißt, wir werden auch, oder wir haben gute Chancen, ich will ja nicht spoilern, Darth Vader noch zu begegnen. Und das Spiel folgt einem ehemaligen Padawan-Schüler, eines Jedi-Ordens. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen gerade ausspricht. Er ist auf jeden Fall Karl mit Vornamen, Karl. Und er versteckt sich hier vor dem Imperium. Hör zu, ich stelle hier nur ungern deinen Rhythmus, Karl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Wie ist der Chef? Auf Band 10a wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. So, das ist Brauf. Ein Abednedo. Ich sag's gleich dazu, ich bin kein Mega-Star-Wars-Kenner. Aber ich werde euch versuchen, mit Hintergrundinfos zu versorgen, während des Spiels. Das werde ich auch zur Not auch nochmal nachträglich ergänzen. Um euch da, oder auch für mich da ein bisschen noch Hintergrund und interessante Fakten zu liefern. Das hier ist also Bracker, der Planet, auf dem die Schiffe verschrottet wurden. Wie dir das an? Ein Separatistenschiff? Ich hab ewig kein Luke-Hulk gesehen. Ja, ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Wir spielen dieses Spiel eben, weil Teil 2 demnächst erscheint. Deswegen ist das doch perfekt, um das nochmal aufzufrischen. Grafisch sieht das Spiel natürlich hammer aus. Ähm. Oh. Jetzt ist die Leiter weg. Musst du einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Wir improvisieren. Hm. Wo könnten wir, äh, wo könnten wir wo langen? Wir folgen einfach den blinkenden Lichtern. Und ihr merkt schon, es hat viele Jump'n'Run-Einlagen. Ich nenn's jetzt mal Jump'n'Run. Wenn euch das zu kindisch klingt, ähm, ist das Erwachsenenparcours. Aber, wie gesagt, das ist, ähm, ja. Man hat, man erkundet, oh, man erkundet die Welten. Und, ähm, ja. Die weitläufigen Level. Ui. Falls es jemand übersetzen kann, schreibt es doch in die Kommentare. Okay. Ganz ruhig. Okay. Was ich ja bei solchen Spielen immer extrem interessant finde, ist, man ist auf einem abgelegenen Planeten, irgendwo in einer Höhle. Dann bricht der Weg ein. Und dann gibt's immer noch genau einen Weg, den man entlang klettern kann. Als alternative Router. Ui. Ja. Aber ich, ich mag solche Spiele, ja. Ich würd' fast sagen, das ist so die, die Erwachsenenversion von, ähm, von so, eben, von den Jump'n'Runs, einfach die logische Weiterentwicklung. Mit einer erwachsenen Story, einem Setting, was natürlich auch etwas ernster ist. Und, äh, hammerguter Grafik. Aber im Grunde ist es doch auch ein bisschen, bleibt es beim Jump'n'Run, würd' ich jetzt mal sagen. Diese, diese Passagen, wo man sich so durchzwängen muss, das ist irgendwie noch so ein bisschen, würd' ich sagen, ähm, äh, eine kleine Krankheit der Last-Gen-Spielen. Um, um, um Ladezeiten zu kaschieren, haben sie es ja hauptsächlich, äh, gemacht. Ich hoffe mal, ähm, dass das mit der neuen Generation dann nicht mehr stattfindet. Okay, also wir sehen schon, es bewegt sich hier extrem viel. Und das geht natürlich auch hier, es geht hier bodenlos in den Abgrund. Beziehungsweise sehr weit runter, irgendwo muss es natürlich, äh, einen Boden geben. Huiiii. Okay, ich glaube, hier müssen wir uns fallen lassen. Aber nicht zu weit. Ah ja, immerhin. Und ansonsten gilt natürlich, den Lichtern folgen. Ähm, eine Sache kann ich schon mal sagen, das Spiel hat keine Schnellreisepunkte. Was leider extrem nervig ist, wenn man alle Geheimnisse entdecken will. No. Ist auch riesig einfach, diese Schiffe. Ich glaube, wir müssen hier lang. Das wäre witzig, wenn man sich hier so durchzwängen könnte. Ähm, manchmal ist der Weg eigentlich dann doch zu eindeutig. Wir können einfach hier am Seil hochklettern. Und jetzt ist die Tragfläche ab. Krass einfach. Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Unteren Hebel? Öh. Okay, wir suchen mal nach dem Hebel. Ziehen. Ah, jetzt können wir links rumklettern. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Und hopf. Okay, hier müssen wir auch dran ziehen. Ich finde es auch echt krass, ne? Wie lange die Videospielcharaktere immer hängen können. Komm, sieh dir das an. Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schrott-Sammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperküste schon hier? Vier Jahre? Fünf. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt ne Tragödie. Äh, ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles verrät, ne? Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja. Wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Ey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnt halt ein Ticket hier raus aus diesem Dreckslauf sein. Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Vorsicht, Kerl! Ach, du... Ja... Okay, Rutscheinlage. Hilfe! Boah. Aber was war das? War das ein Angriff? Oder ist das einfach nur schiefgegangen? Oh Gott. Uuh. Autsch. Autsch. Oh, oh. Alles okay? Ja. Ich komm nicht raus. Kropf. Durchhalten. Ich wunsche ab. Nein. Lass nicht los. Ich kann nicht mehr. Kropf. Nein. Wir nutzen die Macht. Alles okay, Kropf? Mir geht's gut. Ich. Bist du fest? Kein Pilot. Bring uns wieder raus. Durchhalten. Vorsicht, Kerl! Ach so! Das Ding kann kaum fliegen. Moment! Prof, geht's dir gut? Total. Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Hast du das etwa? Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja? Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen. Ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Prof, ich weiß. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Alles okay bei dir? Ja. So? Ja. Ähm, Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich hab aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also... Ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir mit mir keinen Kopf. Aber hier willst du... Nicht sicher sein. Äh, vielleicht solltest du... Naja... Verschwinden. Okay. Ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Pass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf... Marsha da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Prof. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Bis dann. Bist du nicht. Okay, und ja, er heißt Prof und nicht Prauf. Ich habe halt nur den Namen gelesen. Aber jetzt müssen wir ihn erstmal suchen. Ist er das da hinten? Das da hinten ist er doch. Aber irgendwie verschwinden doch auch die Leute hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Hey, komm zurück! Jetzt ist auch irgendwie... Steht der Zug jetzt still? Okay, die Tür ist zu. Oh, shit. Das ist doch ein Gang des Imperiums. Hier wollen wir, glaube ich, überhaupt nicht sein. Vor allem als Jedi, der untergetaucht ist. Oh Gott. What? Äh... Können wir rennen? Ach, shit. Wir benutzen... Oh, Gott. Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Wir halten einen Anpfauf. Ja. Irgendwas geht hier vor. Alles auf! Identifizierung bereit! In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur... wieder eine Spuggelkontrolle oder so. Oh, Gott. Oh, Gott. Wir sind da schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt? Folgt eine Anklage wegen Aufwiegeleien. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich, äh... Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die Besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure... ...wurden zu Schrottsammlern. Die Arbeiter... ...wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur... ...ängstliches zu sagen. Für das Imperium... ...sind doch alle entbehrlich. Ja. Seid ihr. Nein! Geh an. Ein Lichtschwert. Ich hab den, Jedi. Was ist das? Ich erfülle die Störung. Das tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht melden. Schweig. Hier ist TK 8190. Okay, wir können mit dem Lichtschwert jetzt angreifen. Hab dich gefunden, Eindringling. Jetzt haben sie uns erwischt. Sozusagen. Wir werden über den Funke. Okay. Okay. Also, wir können... ...den Boosterbolzen zu blocken. Also, wir können die Angriffe abblockern. Ui. Also, das Spiel hat auch sehr ausgetüftelte Kampfeinlagen. Okay. Und wir können sie auch reflektieren. Das ist sehr cool. Muss man allerdings auch richtig timen. Und ewig blocken wird man auch nicht können. Okay. Hier können wir uns durchschneiden. Okay. Hier ist die Tür nämlich zu. Okay. Ja, da müssen wir außen rum. Oh. Das ist wieder... Ich lieb's. Ich lieb sowas. Unmögliche Klettereinlagen. In echt würde man da einfach sterben. Wenn man sowas in echt klettern müsste. Äh, Zielerfassung. Ah ja. Und Zielerfassung steuern. Ah ja. Louis. Halten, um die Meisterangriffe zu blocken. Okay. Jetzt kommen zwei. Ah. Okay. RB, um mit Verlangsamen zu bremsen. Hoch. Na, da kommen noch welche. Na, Gegner können wir auch verlangsamen. Ah, ihn können wir auch so verlangsamen. Jetzt. Jetzt können wir das verlangsamen. Und dann können wir da hochklettern. Krass. Äh, deine Machtanzeige ist leer. Füge Gegnern Schaden zu, um Macht zu regenerieren. Okay, das haben wir jetzt schön zurückgelenkt. Wenn der Flüchtlinge hier ins Land kommt, bin ich... Äh, achso. Wir müssen hier lang lettern. Natürlich. Natürlich. Okay, da warten noch weitere. Ja, Tacke. Oh, wir können auch ausweichen. Er bewegt sich. Wir werden problemlos gewinnen. Okay. Und dann ist halt die Kunst auch so ein bisschen... ...ne Mischung aus Ausweichen, Verlangsamen, Blocken und Angreifen. Ups. Ja, das passiert. Wenn man über die Reling schaut hier. Okay. Der Zug hat auch echt einen Affenzahn drauf. So. Hier dürfen wir uns wieder durchquetschen. Hm. Oh. Und jetzt nach vorne rennen. Das war jetzt nicht so gut. Meine Güte. Der ist hier. Ich bin bereit. Oh. Meine Güte. Hm. Klar, wohin auch sonst. Oh Gott. Yeah. Das sind ja schon Uncharted-artige Zustände. Meine Güte. Ja. Hier hoch. Das ist sehr übel. Hilfe. Okay. Oh, hier müssen wir rechts rum. Klar. Das sind auch Rohre, die... ...die neigen auch gerne mal dazu, zur Seite zu kippen. Dinge. Auch Gitter, die herunterfallen. Ja. Sehr gut. So muss das. Ja. Oh. Und schnell. Okay. Das ging nochmal gut. Wir wollen helfen. Wer sagt ihr? Wetter. Immer weiter. Wir holen dich, sobald es geht. Oh. Zum Glück, da kommt Rettung. Normalerweise verstehe ich ja nie, wenn man sagt, später. Wir erklären später alles. Aber in dem Fall, ähm... ...haben wir überhaupt keine Zeit jetzt hier. Um große Sachen zu erklären. Wir müssen uns echt erstmal retten. Aber wenn ich mir das so anschaue. Dann brauchen sich Leute nicht über die Deutsche Bahn beschweren. Solange die ankommt, ist mir jede Zugfahrt, äh, lieber als das hier. Okay. So. Den können wir verlangsamen. Bam. Puh. Okay. Oh. Komm, schieß. Schieß, schieß, schieß. Bam. Und... Ei, ei, ei. Juhu. Au, der hat uns getroffen. Da sind... Da haben wir noch nicht so gute Jedi-Kräfte. Komm, komm. Jetzt wird's doch noch Zeit für so'n großen Boss-Kampf. Oder zwischen-Boss. Ne, da springen wir nicht rüber. Das ist die andere Fahrbahn. Das ist nicht gut. Ja, Gott. Oh, shit. Ja, haha. Gerade rechtzeitig. Zum Glück sind das automatische Türen. Hahaha. Juhu. Spring. Spring. Oh, oh. Shit. Da brauchst du echt... Also... Ich darf's nicht zu ernst nehmen. Ich soll's nicht ernst nehmen. Mhm. Wohin des Weges? Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Ja, ich muss mir kurz die Nase putzen. Okay, halten, um Angriffe der zweiten Schwester zu blocken. Ich kann schon mal erklären, es ist nicht unsere wirkliche Schwester. Aber der ganz... Ich glaub, der Orden heißt so, oder die Abteilung. Hast du denn so viel Angst? Okay. Okay, Angriffen ausweichen. Oh. Die können wir nicht blocken, da müssen wir ausweichen. Rote Angriffe. Okay, aber wir werden sie auch jetzt nicht besiegen können. Dafür sind wir wahrscheinlich einfach zu schwach. Aber wir müssen überleben. Und wir kriegen Luftunterstützung. Schnell an Bord! Ecken! 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 Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda und das ist mein Käpt'n, Grizzed Rytus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also, wer bist du? Kel, Kestis. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Bracker wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zur Zeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich versteh schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Pogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Okay. Jetzt sind wir an Bord des Schiffes. Wir wurden gerettet. Und ja, die sollen sich jetzt mal erklären. Jetzt ist Zeit für Erklärungen. Beziehungsweise ist die Zeit in der nächsten Folge. Deswegen macht's gut. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Spiel gefällt. Und auch, ja, abonniert gerne für die nächste Folge für das Let's Play, um die Wartezeit bis zum zweiten Teil Jedi Survivor zu überbrücken. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020